Für mich gibt es keine logische Begründung für eine Impfpflicht, denn wir sehen jetzt bei der Omikron-Welle, wir haben die Möglichkeit, ich selbst bin ja geimpft und kann dazu auch nur raten, wir haben die Möglichkeit, uns selbst zu schützen. Wir schützen mit der Impfung aber keine anderen mehr. Also auch Geboosterte, wie ich selbst, können infektiös sein und die Infektion weitertragen. Dann müssen die Ungeimpften mit diesem Problem leben. Wir sehen jedenfalls, dass wir keine Überlastung der Krankenhäuser mehr bekommen. Und das war das zentrale Ziel, keine Überlastung des Gesundheitssystems.